18.45 Uhr ist es. Hallo und herzlich willkommen zu RTL. Aktuell den Sport in der Sendung hat gleich wieder Ulrike Sondergrücken zu sehen. Guten Abend. Wir schauen jetzt auf diese Themen. Jetzt müssen sie liefern. Auf Schloss Meseberg streiten die Koalitionsspitzen darüber, wie genau sie die Menschen in der Energiekrise entlasten wollen. Traurige Gewissheit. Die seit Sonntag vermisste 25-Jährige aus dem Münsterland ist tot. Ein Nachbar ist dringend tatverdächtig. Und? Radikal abgespeckt. Mit diesem Foto überrascht der ehemalige Kanzleramtsminister Braun die Öffentlichkeit. Doch wie gesund sind solche schnellen Gewichtsverluste?